hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ich weiß es gab mega mega lange wieder kein video von mir weil ich in letzter zeit voll viel mit der uni zu tun habe es ist jetzt wieder semester ende jetzt bald und ich muss eine kollektion auf die beine stellen irgendwie krieg nichts gebacken nebenbei arbeite ich noch und hierbei mache ich das was ich in letzten videos immer vergessen habe und zwar mein chef grüßen und zwar liebe grüße an dich christ ich weiß dass immer alle videos geguckt du hast immer darauf gewartet dass ich grüße und ich habe dich nicht grüßt aber jetzt grüße ich dich dann habe ich auch kein schlechtes gewissen mehr so dann haben wir das geschafft und ich würde sagen wir fangen direkt mit dem ach so freunde ich habe gar nicht gesagt was ich heute mache ihr merkt schon ich bin leicht füllen ich habe gerade schon ein anderes video gedreht was nachdem hier online kommt heute machen wir wieder ein sneaker update ich liebe diese videos so sehr ich bin ja immer so richtig dabei und zwar habe ich ich bin gerade so happy ich habe drei richtig besondere schuhe für mich gekauft die letzten schuhe die ich gekauft habe waren glaube ich die yeezys version 2 beluga also die 350er mit dem orangenen streifen die ich euch in meinem yeezys video gezeigt habe und ich glaube der nächste schuhe den ich gekauft habe war wieder ein yeezys ich hatte so glück diesmal habe ich ihn bei a few gekauft in düsseldorf ich habe das hier noch alles komplett eingepackt wenn ich einmal angehabt weil die mir leider eine halbe nummer zu klein sind das ist so traurig leute ich habe auch ein kleiderkreisel account ich verlinke euch den hier unten und ich schreibe dir nochmal in die infobox da verkaufe ich beziehungsweise tausche ich die beiden schuhe die ich euch jetzt gleich zeige die mir nicht passen kommt halt auf den preis an ob ich die verkaufe aber am liebsten würde ich die tauschen die brauche ich in 40 zwei drittel also wenn ihr die in 40 zwei drittel habt ja damit ich tausche mit euch so auf jeden fall geht es um die yeezys 350 version 2 und zwar die farbe c black green eye ok es geht schon auf also das ist der karton wie beim letzten mal muss ich ehrlich sagen ich finde die yeezys kartons nicht so geil aber leute ich liebe den yeezys oh mein gott den anderen habe ich verkauft aber diesen hier ich bringe das nicht übers herz ich möchte den unbedingt haben er hat hier so einen richtig hell olivgrünen streifen komplett schwarz all black und sieht so schön aus es ist so schade dass er nicht passt aber ich habe den größen falsch umgerechnet und ich wusste dass man den ich wusste dass man den eigentlich ein bisschen größer braucht und er passt auch aber ist halt ein bisschen eng und bei so einem yeezys hätte ich dann schon gerne die passende größe Leute gönnt euch einfach mal den yeezys der ist einfach nur sexy und das ist schon mal der erste besondere schuh für mich und ich hasse es hier wieder einzupacken ich kann das auch gar nicht der ist größe 40 und hat 220 euro gekauft das habe ich bei a few gekauft bei diesem wrestler habe ich gewonnen und hauptsache ich warte die ganze zeit dass die meinen namen sagen bei größe 40 die haben erstmal fünf namen gesagt und keiner von diesen namen war anwesend und ich dachte mir so ja man irgendwann kommt mein namen irgendwann kommt mein namen auf einmal sagen die meinen namen und ich so ja ich war die einzige die sich richtig gefreut hat die anderen waren alle zu cool um sich zu freuen ja so ja ok ich komme ja ok ich komme und ich habe mich übertrieben gefreut ähm der zweite schuh den ich gekauft habe ist für den hat sich äh mein bruder angestellt mein bruder ist so ein schatz ne leute das glaubt ihr gar nicht das ist der beste mensch auf der welt ähm nicht in dessen sondern einfach insgesamt und zwar sind das die jordan elva space jams allein schon dieser karton der ist matt dann ist in glänzend eine 45 drauf und diese 23 in den looney tunes händen sozusagen das ist einfach nur bombe dann macht man das ab dann ist da noch mal die 45 in glänzend drauf dann macht man das ab dann sieht das so aus dann macht man das ab dann ist da noch mal die 45 leute es hat kein ende als ich das ausgepackt habe ich dachte mir what the puak ach so und guckt euch mal bitte den karton von innen an das sieht so krass wie das aussieht ne einfach so ein galaxy print space mäßig richtig geil sie haben sich richtig viel gedanken bei der äh verpackung gemacht ich hoffe ich bin richtig im bild wie immer so jetzt kommen wir zum schuh und zwar liebe ich den auch so sehr leute oh mein gaaasch ich war heute irgendwie praktisch aber gehofft uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui 45 hinten drauf und der Jumpman in so Königsblau, würde ich sagen es geht schon ein bisschen in so eine Violett-Richtung auf der Sohle genau die gleichen Farben und der ist einfach nur überkrass Leute, ich liebe den so sehr ich hab den einfach schon in mein Herz geschlossen, als ich den nur im Internet gesehen hab und jetzt hab ich ihn und der ist mir zu groß eine Nummer, man immer wenn ich Schuhe größer kaufe, sind die mir zu groß und wenn ich die in meiner Größe kaufe dann sind die mir zu klein das ist unfassbar, auf jeden Fall ist das jetzt Größe 41 die sind auch in meinem Kleiderkreisel-Account online ich würde die auch gerne tauschen gegen Größe 40 mein Herz belutet einfach Jesus zu klein, Jordans zu groß, was soll das und ich hatte ja die Wahl für die richtige Größe, ich hab's einfach nur irgendwie verkackt, weil der Verkäufer meinte dass die voll klein ausfallen tun sie überhaupt nicht was hat der gelabert auf jeden Fall und ich liebe diese Schuhe über alles ich glaube das mit dem Einräumen mach ich dann mal später weil sonst geht uns zu viel Zeit verloren aber es sind heute auch nur drei Schuhe, muss ich leider sagen und jetzt kommen wir zu diesem Schuh der ist heute erst angekommen ich hab den im Internet bestellt Leute, ich bin so verliebt und als ihr das erste Mal gesehen habt, war ich schon verliebt und zwar ist es ein neuer Huarashi und zwar in Rosé Gold bitte gönnt euch diesen Schuh der ist so krank einfach, äh, das ist alles so beige Camel Farben und dann hier, das ist Rosé Gold und das Obermaterial hier ist einfach Knallgold und Leute, ich hab selten so einen schönen Schuh gesehen ich mein, ich liebe ja auch diese Babys meine Huarashi ist in Baby Blau aber die hab ich mittlerweile schon so lange und ich wollte einfach mal was so was mehr auffällt, wisst ihr? und die sind einfach so boom und die passen eigentlich auch ganz gut so zu meinem Hautton und meiner Haarfarbe und zu den Klamotten, die ich so trage ich liebe die einfach so sehr und ich trage auch immer nur goldenen Schmuck ich trage nie Silber hab ich gesagt, wo ich die Jordans gekauft hab die hab ich bei Snipes gekauft ich bin so verpeilt die haben 200 Euro gekostet glaube ich ja, bei Snipes gekauft und die haben 200 Euro gekostet die waren natürlich innerhalb von einer Minute ausverkauft die Huarashis gibt es bei Footlocker das weiß ich ich hab die bei Ebay kleiner zeigen gekauft weil es die bei Footlocker und überall wo es die zu kaufen gab nur bis 40 gab und da man ja bei Huarashis bekanntlich zwei Nummer größer kaufen muss hab ich Größe 42 natürlich nicht gefunden weil die irgendwie nur bis 40 gingen deswegen musste ich die jetzt so bestellen das war es jetzt auch schon mit meinem Sneaker Update mal wieder nur drei Schuhe aber es reicht jetzt auch langsam die Schuhe sind auch relativ teuer 200 Euro, der andere 220 der Huarashis 140 und ich meine, ich bin ja auch nicht reich ich arbeite ja auch dafür und ich würde auch vielleicht nochmal gerne was essen und nicht mein ganzes Geld für Schuhe ausgeben auf jeden Fall wenn euch das Video gefallen hat gebt mir einen Daumen hoch wenn ich weitere Sneaker Videos machen soll schreibt mir das in die Kommentare ich hoffe natürlich, dass es euch wie immer gefallen hat mein Kleiderkreisel Account ist wie gesagt unten verlinkt falls ihr Interesse an den Schuhen habt oder mit mir tauschen könnt das wäre so Bombe, Freunde auch wenn ihr aus Düsseldorf kommt wäre natürlich noch besser weil es mit dem Versenden immer ein bisschen schwer ist aber auf jeden Fall war es das jetzt mit diesem Video und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal Tschüssi Tschüssi . appelle